Trommelwirbel Bam Autsch Suchlohn alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder eine Command Creation, die ein wenig speziell ist, nämlich Diese ist, diese ist, diese ist Keine Creation, der mal sonderlich allzu viel interagieren kann, aber sie ist interessant zum Anschauen, da steckt sehr sehr viel an Arbeit drin mit dem Sinne von Mechanik und zwar es geht um eine eine Hankars Vorführung, eine Darstellung, die Darstellung einer Guillotine, das Köpfen eines Opfers oder das Köpfen eines Verbrechers oder so eine Art und zunächst mal hört jetzt komisch an die Idee, ich zeige was damit gemeint ist, es ist ziemlich cool umgesetzt und zunächst erstmal, wir brauchen einen Command Block, genauer gesagt, diesmal geht es mit zwei Commands, denn das Ding ist Ziemlich aufwendig gewesen, wo es herzustellen oder zu machen und da brauche ich wieder ein GIF und dann Felix und dann einen Command Block, ich habe den ersten Command schon mal platziert Wie gesagt, in der Beschreibung ist das Ganze wieder verlinkt, so wie immer auch und dann oben drauf kommt der zweite Command, wo unten schon ein Command drin und den zweiten Command habe ich jetzt gerade im Zwischenspeicher, damit es schneller geht, füge ich jetzt hier ein Habt ihr praktisch beide Commands, der erste Command kommt unten rein, der zweite Command kommt oben rein und dann pauen wir das Ganze einfach mal mit einem Block of Redstone Und dann entsteht da etwas So, es sind vier Command Blöcke und ich zeige kurz was damit gemeint ist Zunächst mal, plupp, alles funktioniert, ist von Cmap gemacht und Credit me, if you're using this creation in a video, don't re-up this command Okay, ja, habe ich ja ebenfalls gerade gemacht Gut, dann fangen wir an Wie funktioniert das Ding? Erstmal removen, nee, brauchen wir nicht, hier unten Get Items Das heißt, wir wollen erstmal die Items haben Klicken, dann kriegen wir zwei Sachen Die Guillotine Und jetzt will ich mal kurz drücken nach hinten und mache das Ganze hier mal auf den Boden Zunächst mal Hiermit können wir die bauen und hiermit können wir die entfernen Ich baue die einfach mal hier so schön in die Mitte Plupp, 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 dann baut es jetzt hier auf Ah, Guillotine Okay So sieht das ganze Ding aus, ist recht cool eigentlich gemacht Das Ganze ist mit Armuts in der Zeit gemacht Die entsprechend stehen, um dann die Guillotine nachzubilden Sieht recht cool aus, also vom Bauern schon mal nicht schlecht Aber die kann jetzt auch was machen, die steht nicht nur einfach so rum Und was sie machen kann, zeige ich gerade mal Warte mal, wir brauchen zunächst mal eine Feather Eine Feder Und dann brauchen wir Obsidian Gut, dann müssen wir die Feder an eine Seite werfen Und das Obsidian an die andere Seite Und jetzt wird es passieren Jetzt kommen Kreise unten rum Oder eine Feuerspur, die sich um Der Rumpel, es wird dunkel, es wird Nacht Und wenn diese Spur achtmal im Kreis gefahren ist Wird der Henker beschworen Der praktisch den Verbrecher, wie auch immer Oder vielleicht Unschuldigen, man weiß ja nicht wie es damals war Henken wird Beziehungsweise köpfen wird Und es sollte jetzt gleich einen Moment und irgendwie für die Spuren umgehen Kommen weitere Partikel hinzu Und beim achten Mal kommt dann der Henker Oder wird der Henker beschworen Flipp Partikel gehen nach oben Wow, da fällt er runter Und hier hinten ist jetzt ein Ah, gebt es nicht, steht noch da Das ist jetzt der Executioner Der Henker Und das Opfer steht auch schon da Nach zwei weiteren Spuren ist jetzt das Opfer gekommen Die Heads kann man theoretisch ändern Wenn man mit dem Command ein bisschen rumprobiert Ich lasse einfach mal kurz die Default Geschichten dran Und das ist praktisch sozusagen The Victim Und das Ganze ist mit Animationen gemacht Das heißt, die Figuren werden sich gleich bewegen Alles mögliche machen Und das Opfer kann jetzt auch tatsächlich Gehenken geköpft werden Und wie das geht, zeige ich gerade mal Das funktioniert, indem wir Einen Amboss besorgen Und indem wir eine Hups Indem wir eine Steinharke uns besorgen Die sieht so aus Gut, und die machen Benennen wir jetzt mal ganz kurz Aus dem Amboss um Nämlich in Achtung Skiff Also Sense Des Todes So mit Skiff of Death So wird das richtig gleich benannt Nehmen wir gerade mal Und wenn wir diese Skiff of Death Jetzt nehmen Und auf das Opfer werfen Heißt das Wir Werfen gerade das Urteil auch Achtung Hör ich mal kurz drauf Jetzt hat man Geräusch gehört Und jetzt Kopf runter Und reinbeugen Yes Und Oder nicht jetzt Je nachdem Jetzt gleich kommt das Fallbeil runter Spannung steigt Bam Da liegt der Kopf auf dem Boden Und er liegt da und Blutet Und er wurde gehängt Böse 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 Und coole Sounds Noch mit dazu Aber Ich finde es von der Animation her Richtig Genial Richtig Genial Okay Der wird jetzt halt da liegen So ein bisschen rumbluten Das Opfer wurde jetzt gehängt Und das Ganze kann man resetten Mit Hilfe eines Slime Balls Und den nehme ich auch mal gerade Und den werfe ich jetzt dann mal Hier drauf Und wenn man den Slime Ball halt drauf wirft Habe ich getroffen? Habe ich nicht getroffen? Ah doch Habe ich getroffen Dann fliegt der Kopf nach oben Mit lauter Blutspuren Und Er fliegt Und fliegt Und fliegt Und wer da oben angekommen ist Boom Zerplatzt er Und das Opfer wurde durchsetzen Jetzt kommt praktisch der nächste dran Und man kann halt so eine Reihe draus Wie gesagt Wer die Köpfe ändert Dann könnte ich hier meinen Kopf Als Opfer Oder lieber nicht Lieber als Executioner Als Opfer Machen Ich mag meinen Kopf Der sollte noch ein bisschen dranbleiben Und keine Ahnung Irgendwer anders Als Opfer Oder einfach Kürbis lassen Und dann kann man irgendwie Keine Ahnung Szenen nachstellen Oder irgendwie lustige Irgendwas lustiges schießen Einfach Lustigen Shot Als Videoszene Oder sowas Eine Art Was irgendwie Keine Ahnung So Und wenn man es halt wieder machen will Macht mal wieder folgendes Man nimmt einfach wieder Sich die nächste Hake Komm einmal machen wir es noch Was so cool war Damit meine ich die Animation Und nicht die Tatsache Dass jemand hier geköpft wird Ich weiß Ich bin zu lieb für diese Welt So Gift Of Death Okay Hier deine Todessense Komm her Sieht so cool aus Nach vorne Trommelwirbel 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 Bam Autsch Okay Und damit halten wir Ja Das war die Funktionsweise Kommands Und dafür braucht man Zwei riesen Kommands Und Ja Dann Wäre es das nicht auch schon gewesen Ich will das Video nicht allzu weit in die Länge ziehen Das ist die Funktionsweise davon Ich fand die Idee richtig cool Und Es Schön anzusehen Und da kann man so viel mit machen Ich finde es begeisterungsfähig Und Ja Damit wäre es das gewesen An meiner Stelle Von der Enthauptung Und wir sehen uns im nächsten Creations Video Bis dahin Lasst gachen Und tschüss